Grüß Dank, ich bin der Armin und ich bin die Katja. Wir sind Corona Chocolate. Wir sind Clans, Start-up, Familienunternehmen und Südtirols Bean-to-Bar Schokoladenpioniere. Wir gehören zu den wenigen handwerklichen Edelschokoladenhersteller Italiens. Wir sind gerade dabei neue Rezepturen zu entwickeln, für dunkle Schokoladen aus seltener Edelkakaos und für ein innovatives Produkt. Weisse Fruchtschokoladen. Wir verarbeiten dabei sehr hochwertige biologische Rohstoffe. Für die Fruchtschokoladen verwenden wir zum Beispiel gefriergetrocknete Früchte und Mandelmehl. Unser Ziel ist es, Früchte aus Südtirol zu verwenden. Rezepturentwicklungen sind zeitaufwendig und die Rohstoffe teuer. Deswegen brauchen wir enge Unterstützung bei dem Crowdfunding, um die Produktion von neuen Sorten zu ermöglichen. Wir sind die Schokoladenpioniere Südtirols. Weil vorhin hat jeder Schokoladenhersteller bei Insto eine industriell hergestellte Schokoladenmasse geschmolzen und veredelt. Wir rösten und vermahlen Premium Edelkakaobohnen, die ethisch korrekt gehandelt werden, der weltweit besten Umbaugebiete und stellen besonders aromatische Schokoladen her. Dabei setzen wir auf die hohe Qualität unserer Rohstoffe und verwenden keine Hilfsmittel, nicht einmal Lecithin. Uns ist es ein Unliegen, eine Schokoladekultur in Südtirol zu schaffen. Also weg von der Massenware und hin zu handwerklich hergestellten, besonderen Produkten. Für eure Vorfinanzierung kriegst du ein tolles Dankeschöns. Darunter auch Pakete mit neuen und limitierten Sorten, die es im Geschäft gar nicht kaufen gibt. Geht mit bei Südtirols Schokoladenrevolution für Feinschmecker. Danke für eure Unterstützung!